So meine Lieben, mein Name und Herzlich Willkommen zu einem etwas anderen Video, denn ihr seht es oben im Titel keine Serie, kein Karrieremodus, kein Pack-Opening, nee, wir spielen heute einfach mal ganz gediegen und gechillt den Irish Cup, sprich St. Patrick's Day Cup ist momentan am Laufen, ihr seht im Hintergrund, das ist soweit mal meine Truppe, mit der wir reingehen werden und ich will diesen Scheiß-Pokal heute gewinnen. Es wird genau einen einzigen Versuch geben, sprich es kann sein, dass das oder die Folge hier schon nach dem Achtelfinale vorbei ist, dass ich dann schon rausgeflogen bin, aber ich gebe alles, Freunde, ich gebe alles. Im Hintergrund seht ihr das Team, das ist nicht zusammengekauft, das ist die Truppe, die wir soweit im Verein haben ich glaube, hinten im Kasten, er hier, der Westwood, den haben wir gekauft, im Livestream noch und auf der linken Seite, James McLean haben wir uns auch mal gegönnt, auch wenn völlig überteuert, aber halb so wild, die zwei haben wir uns gegönnt, den Rest haben wir gezogen mit Hulahane am Start, mit Keane vorne, mit Long in Green, rechts mit McGidi in Green und dann haben wir noch den guten Augea in Green Coleman auf rechts, in Grün wäre auch nicht so schlecht, aber gut, das kriegen wir hin und in dem Sinn würde ich sagen, ich schnipple euch einfach mal so ein bisschen was zusammen, vielleicht auch nur die Tore, wir werden sehen, ich habe auf jeden Fall Bock, das Ding zu rocken und in dem Sinn, sehen wir uns gleich, wenn wir einen Gegner gefunden haben. So, Freunde, und der erste Gegner ist gefunden, Barman94, heißt der Kollege. Also, gehen wir es an, gucken wir mal die Truppe an, die er auf den Rasen wirft, 67er Bewertung, 100er Chemie, mit Long, mit Keane am Start, oh, das klingt doch ganz interessant, McGidi mit dabei, Goldman mit am Start, ein paar Bronze, eine Spieler, Gibson hat da noch, glaube ich, auf der 6 stehen, aber das werden wir alles mal gucken, Freunde, ist machbar, in dem Sinn, auf geht's, gewinnen und dann ab ins Viertelfinale. Long kriegt nochmal die Kulle, Long macht da stark, der Schuss und dann ist er drin, 1 zu 0, zweite Minute, na, das ging aber fix, na, das ging aber super fix, also wunderbar ausgespielt, 1 zu 0 nach zwei Minuten, wunderbar von Long und dann ist er drin, 1 zu 0, zack, bumm, weiter geht's, in den Lauf, der können noch kommen, da können noch kommen, da waren sie alle so ein bisschen überrascht und dann ist er drin, Keane mit dem 2 zu 0, 32. Minute, da haben wir, man muss sagen, zum einen glücklich natürlich, aber zum anderen auch super nachgesetzt, ich kann auch stehen bleiben, von dem her, wunderbar von Keane, 2 zu 0, es sieht gut aus, Kursrichtung, Viertelfinale ist eingeschlagen. Keane, probiert's mal, ach du Heilige, Robby Keane, 42. Minute, 3 zu 0, was hat der für einen kranken Longshot, meine Fresse, Freunde, nächste geile Bude, 3 zu 0, Robby Keane, den gucken wir uns nochmal an, den müssen wir uns nochmal anschauen, schaut euch das mal an, holy fuck, 3 zu 0, alles gut, alles dufte, das schauen wir euch nochmal an, im Fliegenhalb, über den, ach du Heiliger, wunderbar, 3 zu 0, es sieht gut, sehr gut aus, also Freunde, gehen wir rein in die Halbzeit, 3 zu 0 nach 45 Minuten, das ist höchst verdient, 3 Schüsse, 2 aufs Tor, gut, vielleicht ein bisschen zu hoch, aber eher noch gar nicht im Spiel, wir nutzen die Dinger eiskalt, in dem Sinne, sieht's gut aus, gehen wir rein, ab in die zweite Halbzeit, oh, starker Ball, McGidi, und jetzt ist er irgendwie drin, 4 zu 0, Robby Keane, mit der nächsten Bude, da wollte Schlappi mal skillen, ihr habt's noch gesehen, dann wird er abgeprallt und abgeblockt, aber dann ist Keane, da macht die Bude, vierter Treffer, 65 oder 66. Minute, einwandfrei, genau so muss es laufen hier, wunderbar. Ja, so Freunde, und damit hat der Gegner abgebrochen, hatte keine Lust mehr, hier beim Stand von 4 zu 0, ihr seht, wir waren richtig gut, Keane mit einer 9,4, Long mit einer 9,5, in dem Sinn, gehen wir rein, suchen uns den nächsten Gegner, auf geht's! So Freunde, unser Gegner im Viertelfinale ist gefunden, NikoSM23 FC Batza, Irlandeses heißt er, und dann gucken wir mal, dass wir gegen ihn, ja, die nächsten drei Punkte sozusagen ein, von den nächsten Ziel holen und dann ab ins Achtelfinale düsen, schauen wir mal rein, was hat er für eine Truppe, 73er Rating, 100er Chemie mit Robby Keane Green, mit Aiden McGee, die hat da vorne den Sturm reingestellt, Hulahan ist am Stizzle, McCarthy am Start, O'Shea, Coleman und dann wieder ein paar Silber-Boobies, Bradley, nee, Bradley, wie ist der? Brady, so heißt er auf der linken Seite, aber in dem Sinn, gehen wir rein, auf geht's, siegen! Nochmal nach außen gelegt, jetzt vielleicht die Chance mal nach einer Flanke, McLean, McLean, Gutes Ding und dann ist er drin, 1 zu 0, Long macht die Bude, 25. Aber der Gegner ist stark, wir tun uns enorm hart, irgendwie durchzukombinieren, aber Long macht das ganz, ganz wichtige 1 zu 0, so kann es losgehen und so muss es weitergehen. Also Freunde, gehen wir rein in die Halbzeit, 1 zu 0, das Ergebnis, der Gegner ist brutal, der Gegner ist brutal, ihr seht, die haben die Chance super genutzt, der hatte auch nicht viele Möglichkeiten, aber ist den Ticken besser in dieser Partie, aber es ist wahnsinnig schwer, irgendwie da durchzukommen, also bin ich mal gespannt auf den zweiten Durchgang. Jetzt mach ihn, irgendwie. Mach ihn. Jawohl, und dann ist er drin, 2 zu 0, 84. Minute, Freunde. Boah, was ein hartes Game, was ein hartes Match, aber wir gewinnen am Ende scheinbar hier das Ding und stehen im Halbfinale dieses Irish Cubs, Freunde. Ihr seht nur die Tore, aber das ist ein hammerhartes Brett hier, das ist brutal eng, wie wir hier spielen. Es macht richtig Laune und wir führen 2 zu 0. Long, 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 hat Platz. Long, und dann ist er drin, 3 zu 0, Keeper war nicht mehr da, ich hätte es nicht gemerkt. 89. Minute, letztendlich die endgültige Entscheidung, da muss er aufmachen und dann machen wir den nächsten Treffer eiskalt. Long wird fast noch aufgeholt, trifft ihn dann, wunderbar, 3 zu 0, das Ding ist durch, wir stehen im Halbfinale. So, Freunde, Schluss aus vorbei, 3 zu 0 ist am Ende, einen Ticken zu hoch, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich denke, es ist verdient, dass wir zumindest gewonnen haben. Richtig geiles Spiel, hat enorm viel Laune gemacht, dreimal Long war es, der die Buden gemacht hat. Long, 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 sozusagen mit den Treffern und damit, ja, stehen wir jetzt im Halbfinale, Freunde. So schnell kann es gehen, da ist das 25., 85., 89. Triple Long, Freunde. Am Ende, extra Long, Chili-Cheese macht ihn rein, so muss das sein, 9,7 hat er bekommen, wir schauen noch schnell die Statistik an. Ja, 8 Schüsse, 7 aufs Tor, er mit 3 Schüssen, 3 auf die Buden, also vielleicht den Ticken zu hoch, aber am Ende macht er auf, dann machen wir die Buden und damit stehen wir jetzt halt, ihr seht es im Hintergrund, in der nächsten Runde, nämlich im Halbfinale. Das machen wir gleich, also sehen uns, wenn wir den Gegner gefunden haben. So, Freunde, der Gegner ist gefunden fürs Halbfinale, Black Man United, da ist er, glaube ich, Eric, 7, 7, 8. Das ist eine Truppe, Irland heißt sie, logischerweise, 69er, wer hat das, und er spielt mit Upgrade-Karten, wie heißt, ihr wisst, was ich meine, Freunde. Er haut die mal so ein bisschen besser auf, die Attribute, Keane ist mit dabei, Long ist mit am Start, Samman, den kennen wir, ähm, Gibson wieder mit dabei, McGee, die natürlich, Coleman, O'Shea, also sind wir mal gespannt, gehen wir es an, Freunde, ich will ins Finale, aber unbedingt. Long läuft, Long läuft, Long macht den rein, Long mit dem 1 zu 0, 34. Minute, wir führen auch im Halbfinale, ja, hören wir auf, immer noch keinen Gegentreffer kassiert, und immer noch sieht es richtig, richtig gut aus, und es ist wieder mal der Longe, Longe, Longe mit dem nächsten Treffer, mit dem ersten in dieser Partie, in einem weiteren Part, traumhaft, eigentlich komplett mittig geschossen, wenn der Keeper stehen bleibt, hat er den so, ja, springt er irgendwie vorbei, 1 zu 0 sieht gut aus, ab durchhalten bis zur Halbzeit. Jetzt hat, Keane, 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 Mach ihn, Junge, er macht ihn, 2 zu 0, 45. Minute, Lucky Punch, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, genau so muss das sein, Freunde, es sieht fein aus, insgesamt jetzt schon, ich glaube, der neunte Treffer, 4 zu 0, 3 zu 0, 2 zu 0, da sind bisher die Ergebnisse, wir rushen hier durch, durch den Pokal, vom aller, aller feinsten. Also, Freunde, gehen wir rein in die Halbzeit, 2 zu 0, die Führung, Lucky Punch, und vorher mal wieder Longe, 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 Longe mit dem Bohr, mit dem Bohr, mit dem Tor, ihr seht's, wieder dominieren wir, 6 Schüsse, 4 davon aus Tor der Gegner mit keinem einzigen Schuss, dadurch auch keinem auf die Bude, sprich, es sieht gut aus, Richtung Finale, weiter geht's, auf geht's, 45 Minuten, nochmal richtig fighten. Was ist das? Nein! Freunde, ganz ehrlich, das war der allererste Schuss vom Gegner, was ist denn das für ein Bock von uns? Wieso, was macht McLean? Was macht McLean? Was ist das? Was ist das, Freunde? 2 zu 1, egal, weiterkämpfen, das kriegen wir hin. Jetzt drüber, Longe, perfekter Ball. Keen, Keen, da ist er drin, irgendwie, 3 zu 1, bisschen kurioses Ding, ich glaube, damit ist es wieder ausgeglichen. Damit ist es wieder ausgeglichen, dass wir jetzt halt hier auch so ein scheiß krummes Ding machen, Freunde. Wunderbarer Ball von Longe ist da, erster Versuch geblockt, zweiter irgendwie so, ich weiß nicht, unterm Keeper durch auf jeden Fall. Sieht's wieder gut aus, zwei Tore Vorsprung wieder hergestellt. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Hullerin macht das 4-1, Deckel drauf, alles in Ordnung, wir stehen im Finale. 90. Minute, endgültige Entscheidung, wunderbar, Freunde, Halbfinale abgehakt. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass wir's packen, aber wir stehen im Versuch Nr. 1 im Finale im St. Patrick's Day Cup. Also, Freunde, Schluss, aus, vorbei, wie gesagt, wir sind drin, wir haben's gepackt, es ist wunderbar. Und jetzt haben wir die große Chance, diesen Irish Cup zu gewinnen. 20.000 Coins plus Green, Keen, den wir uns natürlich holen können als Stürmer, denke ich mal, auch eine ganz nette Sache. Auch wenn dann untradeable ist, sprich, dass wir ihn nicht verkaufen können. Aber gut, halb so wild, ich würde sagen, wunderbares Ergebnis, 4-1 im Viertelfinale, äh, im Halbfinale, Freunde. Und damit, ja, schauen wir mal schnell die Statistik an. 9,8, wieder Long der Beste, der Mann geht ab wie Schmitzkatze vom Allerfeinsten. Und an der Statistik seht ihr das, 14 Schüsse, 9 aufs Tor, das ist hochverdient. Aber sowas von hochverdient. In dem Sinn, das ist das Tableau, ein 4-0, ihr seht's jetzt, ein 4-0, ein 3-0, ein 4-1. Und jetzt gibt's das große Finale, in dem Sinn, sehen wir uns gleich, wenn wir einen Gegner gefunden haben. So, Freunde, und damit ist auch unser Final-Gegner gefunden. FIFA 2013, PC heißt er. Und wir werden mit den Sporting-Trikots antreten. FIFA-Foot, 7, oh, 57er Bewertung, 89er Chemie. Freunde, nur Coleman, sonst nur Bronze-Spieler. Aber er hat's ins Finale gepackt, ich bin mal gespannt, hoffentlich kein Hacker oder so. Gehen wir's an, ich will unbedingt das Ding gewinnen, Freunde. Auf geht's, los geht's, siegen und dann feiern. Auf ins Finale. McLean, McLean, 1-0, wahnsinnig, 9. Minute. Schöne Eckvariante und McLean macht den rein. Und damit, Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's kaum entzündet. Was ein Scheiß. Der Gegner hatte ungefähr schon nach, keine Ahnung, ich glaub, 5 Minuten keinen Bock mehr. Hat den Ball einfach zur Ecke rausgebolzt. Ich hab keine Ahnung, auf wen wir da getroffen haben. Mein Lieber, was war da denn los? Die Verbindung wurde unterbrochen. Ihr seht's, Glückwunsch, Geniezer, die Preise. 20.000 Coins haben wir gewonnen. Und das Spezialobjekt, sprich den Green Keen. Wunder, wunderbar. In dem Sinn, würde ich sagen, war's das mit der Folge, mit einer etwas anderen Folge, mit einem etwas anderen Video. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und gerne auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Schreibt's ruhig mal rein. In dem Sinn, mir hat's Laune gemacht. Ich hoffe, euch auch. Macht's gut, genießt den Tag. Green Keen is ours. Wir haben's gepackt. Wir haben das Finale gewonnen. Es ist wunderbar und in dem Sinn bin ich erstmal raus. Macht's gut, genießt den Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.